Am 20. Mai verstarb plötzlich und unerwartet im Alter von 70 Jahren Bernd Mayer, der frühere Finanzbürgermeister der Stadt Zwickau. Auch die Stadt Zwickau trauert. Ab sofort liegt im Foyer im ersten Obergeschoss des Rathauses ein Kondolenzbuch aus, in welches sich Bürgerinnen und Bürger im Gedenken an Bernd Mayer eintragen können. Mayer engagierte sich über mehr als 30 Jahre lang in der Kommunalpolitik. Im Jahre 2008 wählte ihn der Stadtrat zum Bürgermeister für Finanzen und Ordnung. Dieses Amt trat Bernd Mayer am 1. November an und wurde sieben Jahre später wiedergewählt. Verantwortlich war er fortan für das Amt für Finanzen, das Rechtsamt, das Ordnungsamt, das Bürgeramt, das heutige Amt für Schule und Soziales, das Kulturamt mit den städtischen Museen, die Stadtbibliothek, das Stadtarchiv und die Ratsschulbibliothek. In seinen Zuständigkeitsbereich fielen außerdem der Sportbereich, die Stabsstelle Ausschreibungen sowie das Robert-Schumann-Konservatorium. Altersbedingt schied Bernd Mayer 2020 aus dem Amt aus. Bis zuletzt blieb er Vorsitzender des Aufsichtsrates der Städtischen Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau-MBH. Zwickaus Oberbürgermeisterin brachte ihre Anteilnahme folgendermaßen zum Ausdruck. Mit Bernd Mayer verliert Zwickau eine große und tatkräftige Persönlichkeit, die sich mehr als 30 Jahre lang für die Stadt und die Bürgerinnen und Bürger einsetzte. Zwickau hat ihm viel zu verdanken. Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Frau und seiner Familie. Die Stadt Zwickau plant eine Gedenkfeier für den Verstorbenen. Ort und Uhrzeit werden in Abstimmung mit der Familie noch festgelegt. Das Kondolenzbuch soll an seine Frau übergeben werden.